und wieder sind wir praktisch wieder am anfang wo wir wieder 1 gegen 1 matches machen hart auf hart wie immer und und wieder werden uns wieder kämpfe erwarten wo die vielleicht etwas brutal sein werden aber vielleicht auch nicht wer weiß ich muss gucken denn ich habe sehr oft verloren man muss mal so eine statistik machen von den ganzen kämpfen die ich jetzt hochgeladen also veröffentlicht habe müssen wir wirklich mal eine statistik machen wie oft nicht verloren und wie ich gewandt haben oder halt und schienen geht ja auch ja und bei super smash process so meistens dass man einfach sich konzentrieren muss man kann halt nicht so viel dabei reden aber man kann es versuchen ja mit pikachu bin ich nicht so der große skulkit ja ja denn jetzt die selbe skulkit der darf sich erst nur skulkit nennen will es den so nein nein Mist Ja, das geht nicht, das geht nicht, ja, aber, na gut, aber wenigstens kann ich jetzt noch einen Kampf machen, in diesem Tag. Ich konnte gut mit dem Villager, nehmen wir nochmal den Villager, so. Danke, danke, ihr wart ein fabelhaftes Publikum, nein, wart ihr noch nicht, ich bin schon beim End. I'm lost! Danke, ihr wart. Danke, ihr wart. Danke, ihr wart. Kommer, kommer, kommer. Na, kommer. forme, kommer, kommer, kommer. Etwa. Mano, du bist so gemein. Das jetzt schwer Joinn in dich, du bist so greene. Unschweif? Nein, no. Doch. doll der mit seinen posen posiere wo geht einfach durch ihn durch das ist nicht bestattet ich kann auch spotten dankeschön nun verabschiede ich mich wieder wir sehen uns einfach beim nächsten mal wieder tschüss